servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen kurzen plauder video da ich ja vor weiß nicht drei vier wochen ein video gemacht hatte mit werde ich season 4 spielen oder nicht inzwischen habe ich viele fragen erreicht wie sieht es denn aus was machst du und so weiter und so fort und wir haben uns innerhalb der gilde auch abgesprochen jetzt wie der weitere plan ist also wie der ablauf für season 4 ist und dementsprechend kann ich euch jetzt einen ja ich will nicht sagen endgültigen einblick geben aber ich kann euch zumindest sagen was ungefähr so grob drin geplant ist also letzten endes season 4 startet am 24 und ich hatte ja von anfang an gesagt wie aktiv ich da spiele hängt davon ab wie aktiv wir da reden werden wir haben uns als gilde geeinigt dass wir nicht fated oder awakened wie es jetzt heißt mythisch reden werden da bin ich sehr froh drum alles in allem also ich war einer von ein paar die da keine lust drauf hatten letzten endes ich bin was das angeht ziemlich ausgebrannt muss ich sagen und ja ich hätte keine lust gehabt die ganze schose also alle vier drei rates amir trassil hätten wir drin gehabt aber die anderen rates hättest du noch mal auf mythisch neu progressen müssen inklusive der endboss und ich weiß nicht ob ich da lust drauf gehabt hätte vor allem nicht jetzt nochmal über monate hinweg haben jetzt wieder die ganze zeit durch gerated quasi das addon und bei mir hat es gereicht was wir machen werden ist wir werden wohl am anfang ein bisschen hc reingehen und dann werden wir jede woche im nicht fated phyrag mythisch töten um den leuten noch weiter die chance auf dieses mount anurelos zu geben also die die es noch nicht haben das ist da alle bekommen die mit gerated haben und dann irgendwann werden wir wahrscheinlich sagen keine ahnung mai juni das war es jetzt wir sehen uns im nächsten addon wieder und das ist für mich persönlich eine ganz gute sache also dementsprechend aktiv raiden werden wir nicht mehr so viel ist ja auch schon alles geschafft quasi für dieses addon was dann das thema mythisch plus angeht auch da kommt mir diese entscheidung sehr gelegen ich habe mich jetzt dafür entschieden ich möchte zumindest auf meinem main also auf meiner eule die 2,5 k rating haben hauptsächlich deswegen gut die teleports habe ich schon alle aber ich hätte halt einfach gerne diesen schlüssel stein held erfolg und so weiter und so fort einfach um ihn zu haben hätte gerne das mount für weiß ich nicht 1,5 2k und so weiter und so fort die belohnung hätte ich schon gerne das werde ich einmal mitnehmen dann hat man ein bisschen hier über den raid oder die hc raids und so weiter auf meinem main und dann irgendwann wird es darauf hinauslaufen dass ich auch da dann sagen werde keine ahnung mai juni so das war es jetzt für mich heißt ich werde die season gerade am anfang sowohl was raid als auch mythisch plus ein bisschen spielen wir haben allerdings diesmal auch keinen druck dass wir uns für den raid irgendwie die baue jede woche erstmal die volt mit acht keys voll machen müssen ich werde auch direkt die erste woche der season kaum da sein weil ich am 30 geburtstag habe und hier was anderes vorhabe dementsprechend gerade die erste woche werde ich wahrscheinlich so gut wie gar nichts machen dann wird es vielleicht ein bisschen mehr und dann mal schauen aber ja diesmal wird es dann halt eher so ich werde ein bisschen spielen aber so wie ich lust habe und nicht wie ich muss oder sonst oder müssen tue ich generell nichts aber so in die richtung ich werde die eule spielen weiterhin und dann hatte ich ja gesagt ich werde jetzt hier dann weiß ich wie lange es bis zum nächsten addon dauert drei vier monate ich werde dann hier drei vier monate nicht nichts posten aber es wird dann daraus hinauslaufen dass ich höchstwahrscheinlich da hätte ich noch lust drauf den todesritter hochspielen werde auf 70 und mit dem dann ein bisschen keys machen werde also einfach mal ein charg spielen den ich schon länger nicht mehr hatte aber was ich damit alles in allem sagen will ich werde am anfang auf jeden fall spielen was danach kommt hängt ein bisschen davon ab wie viel lust habe ich noch also raiden auf gar keinen fall dann ab einem gewissen zeitpunkt wenn wir als gilde sagen ist schluss dann ist schluss für mich dieses addon mythisch plus ist sowas da einfach mal schauen am anfang ein bisschen aktiver und dann hängt davon ab wie viel spaß macht mir das jetzt gerade und dann kann es auch mal sein aktuell ablaute ich ja hier auch seit monaten jeden tag vielleicht ist es dann so dass ich dann auch mal ein paar tage hier nichts poste weil ich einfach nichts laufe vielleicht ist es aber auch so dass ich voll motiviert bin und so weiter und so fort und wir starten durch das glaube ich aber eher weniger irgendwann müsste nämlich auch mai juni weiß ich nicht mai juni juli die beta von the war within starten und da hätten wir dann auch genug content den wir hier auf dem kanal noch bringen können und dann würde ich mich zukunftsweisend lieber mit dem neuen addon auch auf dem kanal hier beschäftigen als dann mit mythisch plus also um es zusammenzufassen nochmal ich denke mal so april ende april mai vielleicht noch ein bisschen im juni werde ich spielen wie aktiv das weiß ich noch nicht und alles was danach ist hängt davon auch ab wenn wir die beta bekommen wann werden wir sie bekommen und so weiter und so fort das möchte ich mir jetzt noch offen lassen also wer angst hatte ich spiel gar nicht mehr dem sei gesagt keine sorge ein bisschen wird schon noch gespielt aber nicht in der aktivität und auch diesmal nicht ich habe ja diese season schon relativ wenig twinks gespielt hier mit nur drei charts teilweise die erste season hatte ich ja glaube ich neun charts gespielt oder so auch das wird es definitiv nicht geben weil da habe ich absolut keinen bock drauf also ich hoffe ich konnte euch damit einen kleinen einblick geben schreibt gerne mal in die kommentare wie es bei euch aussieht also habt ihr bock auf die season oder habt ihr es nicht ich kann es verstehen wenn ihr es nicht habt schreibt in die kommentare bis dahin ab eine gute zeit reingehauen